Hast du schon bemerkt, dass dein Jännergehalt höher ist als das von Dezember? Das kommt daher, weil wir die kalte Progression abgeschafft haben. Nämlich ein für alle Mal. Und das zahlt sich gleich doppelt aus. Einerseits, dank der guten Lohnabschlüsse wird die Inflation ausgeglichen und durch die Abschaffung der kalten Progression bleibt dir mehr Netto vom Brutro übrig. Das heißt, du bekommst jetzt mehr Lohn, zahlst aber nicht mehr Steuern. Damit und mit vielen anderen Maßnahmen schaffen wir eine spürbare Entlastung für die Menschen in unserem Land. Und helfen ihnen gezielt auf dem Weg durch die Teuerung und Inflation. Jetzt geben wir Erwerbstätigen und Familien das zurück, was ihnen die kalte Progression, dieser schleichende Lohnfraß, jahrelang genommen hat. Und deswegen heißt es ab jetzt, mehr Netto vom Brutto auf dem Lohnzettel. Nicht nur im Jänner, sondern dauerhaft. Nicht nur im Jänner, sondern dauerhaft.